Jetzt unterstütze ich die Aktion Pro. Deshalb bin ich Pro. Ich bin Pro. Deshalb bin ich Pro. Sie fragen sich, weshalb? Weil wir nur dann nehmen können, wenn wir auch bereit sind zu geben. Weg von dem Individualismus hin zu einem starken Gemeinschaftsgefühl des Füreinander-Einstehens. Hin zu der Pro-Gesellschaft. Werde auch du Pro.